Mehr Macht für den Konzern, weniger Freiheit für den Nutzer, das hätte Google gerne, zieht damit aber den Zorn von einigen Internetnutzern auf sich. Dieses Mal mit der Web Environment Integrity API. Auch wenn das auf den ersten Blick ziemlich technisch klingt, betrifft das viele, wenn nicht sogar alle Webnutzer. Was dahinter steckt und worin die Folgen und Probleme liegen, das erkläre ich euch in diesem Video. Und damit herzlich willkommen zu uLabs, deine Community für IT, Technik und gesellschaftliche Themen. Auf uLabs.de findest du noch viele weitere Artikel und auch Videos rund um den Raspberry Pi, sowie andere Inhalte aus unseren Themengebieten. Die Idee hinter der Web Environment Integrity API, kurz WAI, also W-E-I, stammt von vier Google-Mitarbeitern. Sie möchten damit Informationen über die Person und ihre Umgebung, also ihr Gerät, sammeln, bevor Webseiten im Browser aufgerufen werden. Mit diesen Daten folgt ein Test, der bestätigt, dass du ein echter Mensch bist und keine unzulässigen Veränderungen an deiner Umgebung, also an deinem Webbrowser vorgenommen hast. Bei der Test erfolgreich, wird ein signiertes Token ausgestellt und die Webseite kann entscheiden, dass sie ihre Inhalte dir ausliefert. Oder eben auch nicht, falls dabei eine unerlaubte Veränderung an deinem Browser entdeckt wird. Als Beispiele für Anwendungsfälle, wo man das gebrauchen kann, werden Browserspiele genannt, bei denen man zum Beispiel mit Erweiterungen im Browser schummelt. Oder Sockenpuppen, das heißt, da ist eine Person oder eine Gruppe, dir stellt sich da ganz viele Konten und versucht eben Aktivität vorzutäuschen, wo gar nicht so viel Aktivität vorhanden ist. Phishing, also das Abgreifen von Zugangsdaten über manipulierte Seiten, die dem Original täuschend echt sind, soll damit ebenso verhindert werden können, wie kompromittierte Geräte und eine Reihe anderer Angriffsvektoren. Aber auch werbefinanzierte Webseiten, bei denen die Werbetreibenden ja ein Interesse daran haben, nur für Werbeanblendungen an echte Menschen zu bezahlen und nicht für Bots. Zudem möchte man Geräte wiedererkennen, um Limits durchzusetzen, also Abfragenlimits und ähnliches, aber ohne eine eindeutige Geräte-ID, die ein bestimmtes Gerät identifiziert, wie das unter Android und mittlerweile auch Windows bereits vorhanden ist. Das erklärte Ziel ist der bessere Schutz der Privatsphäre als mit gängigen Fingerabdruckmethoden, die von einigen Seiten bereits eingesetzt werden und andere Browsermerkmale verwenden. Der erste Entwurf ist bereits einige Wochen alt. Am 21.07., also erst vor kurzem, wurde eine neue aktualisierte Fassung veröffentlicht. Den Grundgedanke finde ich dabei gar nicht so verkehrt, aber die Umsetzung, die ist an verschiedenen Stellen durchaus fragwürdig. Nicht zuletzt schon deswegen, weil das Ganze geschlossen und ausschließlich von Google stammt. Die sind nun nicht gerade dafür bekannt, die Privatsphäre der Nutzer übermäßig zu respektieren und auch bei den Freiheitsrechten gibt es, naja, sagen wir, Nachbesserungsbedarf. Inspiriert haben sich die Entwickler nämlich bei Play Integrity. Das ist der Nachfolger von Safety Net, worüber ich mich auch schon in der Vergangenheit einige Male geärgert habe. Es geht hier um eine Schnittstelle für Android-Apps, um verschiedene Sicherheitsfunktionen umzusetzen. Sie ist in den Google-Play-Diensten integriert und ab etwa 2017 macht sie den Android-Modern mit Custom-Roms, also mit eigenen freien Android-Betriebssystemen, das Leben schwer. Am umstrittesten ist die Attestation-API. Ursprünglich ging es darum zu erkennen, ob die Firmware von dem Android-Handy manipuliert wurde. Anhand von zwei Parametern sollen Apps die Integrität des Gerätes feststellen können. Diese Parameter geben Auskunft darüber, ob der Bootloader entsperrt wurde, man eine Custom-Rom, also ohne Route, installiert hat oder das Gerät geroutet hat. Routen heißt Vollzugriff, denn Android-Geräte haben ab Werk nur eingeschränkten Zugriff, deswegen routen manche das Gerät, um es vollständig für alle Funktionen nutzen zu können. In der Praxis hat diese Schnittstelle aber die Offenheit des Android-Ökosystems sowie die Freiheit von dessen Nutzern eingeschränkt. Eine Reihe an Apps verweigern selbst auf ungerouteten Geräten, die bloß eine Custom-Rom installiert haben. Den Start unterscheiden nicht immer mehr in den Suchergebnissen vom Google Play Store, darunter zum Beispiel Netflix, Pokémon Go, Snapchat und weitere. Viele Apps von Banken sind ebenfalls betroffen und auch das kontaktlose Bezahlen per Google Pay wird blockiert. Es geht wohlgemerkt hier nicht um Geräte, die nachweislich irgendeiner konkreten Gefahr wie zum Beispiel Schadsoftware ausgesetzt sind, sondern um Geräte, auf denen man eben ein anderes Betriebssystem installiert hat, als dort ab Werk drauf war. Die Entwicklung hat also zu einem möglichst geschlossenen System geführt, in dem der Nutzer möglichst wenig Einfluss darauf hat, was auf seinem Gerät passiert. Savetinet und PlayIntegrity unterscheiden sich nicht wesentlich, sodass die Nutzer durch diesen Wechsel keine Freiheiten zurückgewinnen. Stattdessen möchte Google dies als Vorbild nehmen, um diese Einschränkungen auch ins Web zu bringen, wo man bisher noch relativ frei ist, was der Browser dahergibt. Im Dokument steht zum Beispiel Keeps User Data and Intellectual Property Secure. Wie unter Android geht es also um den Schutz von geistigem Eigentum oder anders ausgedrückt die Interessen der Konzerne, die solche Apps entwickeln. Money, money, I want more money, I want... I don't even know why. Google hat nicht nur unter Android eine marktbeherrschende Stellung, auch der Browser Chrome vom gleichen Konzern ist Marktführer mit 62,5% Marktanteil weltweit und immerhin noch rund 49% in Deutschland, jeweils zum Stand Juni 2023. Die Verbreitung von Browsern exakt zu messen ist schwierig, daher schwankt das je nach Statistik und Messung um ein paar Prozent. Ob das jetzt 5 oder auch 10% mehr oder weniger sind, das spielt im Grunde dafür keine so wichtige Rolle, denn der Marktanteil von Chrome ist so groß, dass Google mit der Weiterentwicklung das Web massiv beeinflussen kann, wenn nicht sogar bestimmen kann. Daher hat Google auch schon längst eine mit Köpfen gemacht. Bereits im Mai 2023 wurde ein Prototyp einer Web Environment Integrity Implementierung in die Blink Engine von Chromium eingereicht und der entsprechende Code dafür in Chromium Version 117 eingebaut. Diese Version ist bisher nicht stabil veröffentlicht, soll aber bald erscheinen, sie ist für September 2023 geplant. Dank euch hat Chrome so einen hohen Marktanteil, dass sie niemanden überzeugen müssen, sondern es einfach selber umsetzen können. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Google eine Entscheidung trotz massiver Kritik erzwingt. Manifest Version 3 gewährt Google mehr Einfluss auf die Browser-Erweiterungen und schränkt zum Beispiel Werbeblocker ein. Etwas, das im Konzern gelegen kommen dürfte, denn er verdient ja den Großteil seines Geldes mit Werbung. Das Projekt existiert weiterhin, nur der Zeitplan wurde verschoben und zwar nicht wegen der Kritik, sondern nur weil Google zu langsam war. Wie es nutzerfreundlicher geht, zeigt Mozilla mit Firefox. Sie haben Manifest Version 2 zwar ebenfalls eingebaut, aber zu den eigenen Bedingungen, die Werbeblocker nicht so massiv einschränken. Sollte Google am bisherigen Plan festhalten, wonach bislang alles aussieht, dann werden Werbeblocker unter Chrome wohl zukünftig weniger effizient sein als unter Firefox. Was das Thema Web Environment Integrity API angeht, hat Mozilla übrigens schon eine Absage erteilt. Sie betrachten es als Einschränkungen des freien Webs und damit als schlecht für die Nutzer. Der Browser Vivaldi bezeichnet Googles Pläne sogar als gefährlich. Wer sich jetzt denkt, naja gut, dann ist Google Chrome vielleicht doch nicht so das Wahre und ich wechsle lieber zu Firefox, Brave, Edge, Vivaldi und die zahlreichen anderen Alternativen. Ganz so einfach lässt sich das Problem leider nicht lösen. Zuerst einmal gibt es nur noch drei Browser mit eigenständigen Engines. Chromium mit Blink, Firefox mit Gecko, Safari hat WebKit. Da Safari nur auf Apple-Geräten verfügbar ist, ist das schon mal für die Mehrheit der Nutzer von Windows und Linux keine Option. Und so ziemlich jeder andere größere Browser basiert ebenfalls auf Chromium. Selbst der Edge von Microsoft wechselte von der eigenen Engine Blink im Jahre 2020 auf Chromium. Manche Browser, die Chromium nutzen, entfernen auch unerwünschte Bestandteile wie zum Beispiel Google und diverse Überwachungsfunktionen. Ein Beispiel hierfür ist das Projekt an Google Chromium. Diese Projekte entscheiden aber jeweils selbst, ob sie die neue Schnittstelle drin lassen oder ebenfalls entfernen. Einige werden es sicherlich nicht tun und dann habt ihr sie ebenfalls, obwohl gar kein Google Chrome benutzt. Firefox von Mozilla ist der letzte eigenständige plattformübergreifende Browser. Damit seid ihr vor der Web-Environment-Integrity-API, Manifest-Version 3 und anderen fragwürdigen Google-Ideen sicher, zumindest vorerst. Denn das Problem auf lange Sicht ist ja, durch Googles Marktmacht ist der Konzern in der Lage, neue Standards stark zu beeinflussen. Sollte sich die neue Schnittstelle durchsetzen, dann schließen solche großen Dienste zukünftig vielleicht andere Browser einfach aus. Und dann sieht es mit den Alternativen und Freiheiten schon deutlich schlechter aus, ähnlich wie mittlerweile unter Android. Ihr habt dann zwar immer noch die Möglichkeit, einen anderen Browser zu nutzen, wie zum Beispiel Firefox, aber wenn dort eben dann Netflix oder andere Dienste nicht funktionieren, ist das eher eine theoretische Wahlmöglichkeit. Man sieht ja einmal mehr, dass die Zeiten des Don't-be-Evil-Mottos von Google längst vorbei sind. Zwar ist Google noch nicht auf dem Niveau von Microsoft angekommen, aber der Konzern setzt mit zunehmendem Nachdruck seiner kommerziellen Interessen durch. Aktuell zum Beispiel, indem er gegen werbefreie YouTube-Oberflächen vorgeht. Und auch Werbeblocker werden zunehmend mit konventionellen Methoden auf YouTube eingeschränkt. Zwar soll die neue Schnittstelle ausdrücklich keine Werbeblocker beeinflussen, aber einmal eingeführt ist es nur ein kleiner Schritt, zumal die Technik gut ins Konzept passen würde, um die Einnahmen zu steigern. Am Ende läuft es auf eine Art DRM für Webseiten hinaus. Und da müssen wir uns die Frage stellen, wollen wir wirklich die Technologie im Web, wodurch Bauen ihre Traktoren erst hacken müssen, um sie bei Defekten zu reparieren? Oder Drucker nach Abschluss eines Tintenabos keine Tinte mehr von anderen Anbietern akzeptieren? Die Liste, die kann man noch um einige Beispiele erweitern, was wir jetzt schon außerhalb vom Web mit ähnlicher Technologie haben. Viele Unternehmen sind kreativ darin, wenn es um das Abschöpfen des Geldes ihrer Kunden geht. Wer immer noch Google Chrome oder einen anderen auf Chromium basierten Browser nutzt, der sollte sich ernsthaft überlegen, ob er durch dessen Verwendung Googles Fantasien wirklich weiterhin unterstützen möchte, die sich im Zweifel eher gegen die Nutzer richten. Nun könnt ihr eure Meinung gerne auf YouLabs.de ins Forum schreiben oder in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.